Okay, Digga, der war schnell an. So, heute gucken wir uns ja den AO Heat Management Device HMD 912 an. Wir gucken uns den erstmal an, bevor ich den ausbrenne, damit wir ihn nochmal in seiner unbenutzten, jungfräulichen Schönheit anschauen können. Ist natürlich sehr am Nakrani orientiert. Die Rillen sind innen ein bisschen anders, die Löcher sind ein bisschen größer. Es sind weniger Löcher, dafür sind die ein bisschen breiter und größer. Wir haben außen etwas anderes Design. Wir haben da noch eine kleine Rendelung drauf, die, wie ich finde, sehr, sehr schön aussieht. Generell ist die Form ein klein wenig anders als beim Nakrani. Und von unten sieht das Ganze so aus. Der Ring hier zum Arretieren auf dem Kopf ist etwas dicker, aber sollte trotzdem nicht stören, wenn man den raucht. Wir holen auch nochmal einen Nakrani dazu und vergleichen die beiden mal. So, und hier haben wir die beiden mal side by side. Wir sehen, der Nakrani hat mehrere Löcher, die aber dafür ein bisschen kleiner sind als die vom AO. Von der Form her sehr, sehr ähnlich. Ja, eigentlich erkennt man größtenteils an der Rendelung, dass das hier der von AO ist. Und unten sieht das Ganze so aus. Ihr seht, der Ring ist minimal dicker als der beim Nakrani. Shisha World, die den vertreiben, haben mir trotzdem gesagt, dass sie ein paar Sachen verbessert haben, die man jetzt nicht so krass sieht. Also vom Design ist schon relativ nah am Nakrani. So, bevor wir das Ding jetzt aber testen und uns mal aufs Köpfchen packen, gibt es eine wichtige Sache, die man mit jedem HMD machen sollte, bevor man ihn das erste Mal benutzt. Die Dinger werden in Fräsen hergestellt und da wird immer ein Wasserölgemisch drauf geschmiert, damit die Werkzeuge länger halten, weniger Hitze entsteht und so weiter. Und deswegen habe ich mir eben mehr Kohle angemacht und wir brennen den jetzt aus. Und zwar habe ich mir hier noch ein paar Kohlen mehr angemacht und ich lege jetzt einfach den HMD hier rein und lege dann einfach mal drei von den Kohlen hier in den HMD und lege den dann noch auf zwei von den Kohlen, die da eben noch drin sind. Und so lasse ich das jetzt einfach mal 20 bis 30 Minuten mindestens stehen und dann können wir später damit ein Köpfchen rauchen. Unser HMD ist abgekühlt und mein erster Kopf hier im Stream ist langsam durch. Das heißt, wir werden uns jetzt mal dem AO-HMD widmen. 912 steht übrigens irgendwie für die Beschichtung, Edelstahl natürlich. 912 steht übrigens für die Gradzahl beim Verarbeiten. Jetzt ist die wichtige Frage, wie performt das Ding und dafür bauen wir uns mal ein Köpfchen. Und unser Köpfchen sieht so aus. Ich kann euch nochmal die Passform zeigen, aber Leute, die Abmessungen sind exakt gleich wie beim Nakrani. Passt optimal drauf, wo auch ein Nakrani draufpasst, wo auch ein Kalau draufpasst. Da wird auch der AO-912 draufpassen, wie zum Beispiel hier noch auf dem Wandenberg. Ein Unterschied vom AO zum Nakrani, der mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass die Wand hier unten etwas dicker wirkt als beim Nakrani. Könnte also heißen, dass wir vielleicht nicht so Ultra-High-Heat wie beim Nakrani haben, dass er minimal länger zum Anrauchen braucht, dafür aber auch konstanter die Hitze hält. Okay, Digga, der war schnell an. Eine Kohle runter auf shishaworld.com. Sehen wir auch direkt hier einen riesen Banner von dem AO-HMD. Der kostet nochmal 35 Euro, was genau derselbe Preis wäre wie beim Nakrani. Aber, Freunde, wenn ihr hier SWG 912 eingebt, dann bekommt ihr nochmal 5 Euro Rabatt und dann ist der immerhin ein 5er günstiger. Von mir aus hätten sie das Packaging ein bisschen weglassen können. So, ja, das ist schon eine schöne Verpackung hier, so ein Magnetverschluss, dies, das, das ist schon toll. Aber wenn man den HMD irgendwie hätte nochmal 2 Euro günstiger machen können ohne diese Verpackung, dann wäre das auch okay für mich gewesen. Verpackung ist schön, der HMD funktioniert bis jetzt hervorragend, Rauchentwicklung ist geil, Hitze ist top mit 2 Kohlen drin, genauso wie ich das haben will. Er wird nicht ganz so heiß wie der Nakrani, was ich persönlich gut finde. Deswegen sage ich euch ja auch immer, wenn ihr High-Heat raucht, ist der Nakrani geil, ansonsten musst du bei dem manchmal ein bisschen aufpassen. Aber so funktioniert das wirklich hervorragend. Lohnt sich trotzdem ein Calout 1 Plus mehr als dieser HMD. Also, AO-HMD-Vergleich zum Calout 1 Plus. Der Calout 1 Plus wird für Anfänger angenehmer sein. Man muss aber auch sagen, dass der Calout haltens zwar nie mehr kostet. Oder, wenn du dir den für UVP holst, was glaube ich 60 Euro waren, meistens kostet er im Angebot 50 Euro so, Pi mal Daumen. Wenn du den für 45, 40 kriegst, wäre schon richtig gut. Für den Preis von 30 Euro wäre der Calout immer noch angenehmer für einen Anfänger oder leichter zu handhaben. Aber, real talk, die meisten Leute, die zum ersten Mal ein HMD probieren, die wollen eben nicht 50 Euro für einen Calout ausgeben. Und da ist, glaube ich, der AO schon eine echt geile Alternative. Und ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Aber die größeren Löcher scheinen tatsächlich noch was zu bringen im Vergleich zum Calout eben. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Durchzug bei dem Kopf jetzt besser ist, obwohl wir schon echt gut Kontakt am Start haben. AO vs. Ocean HMD. Ich könnte mir vorstellen, dass der Ocean ein paar mehr Fehler verzeiht. Der AO sieht mehr wie der Nakrani aus. Das kann ein Vorteil sein, das kann aber auch ein Nachteil sein, je nachdem, wie es bei euch aussieht. Ich glaube, Performance, Durchzug, Pipapo ist der AO leicht vorne. Ocean ist etwas leichter zu handeln. Dafür braucht er auch länger, bis er an ist. Nakrani beste? Also mir gefällt der AO tatsächlich besser als der Nakrani. Weil, wie gesagt, der Nakrani ist dünner von dieser Bodenplatte hier unten drin. Und das gefällt mir gut, dass es ein bisschen dicker ist, weil ich die Hitze zu direkt und zu krass finde beim Nakrani. Viele Leute rauchen gerne so und das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Muss jeder für sich rausfinden. Ich rauche nicht gerne High Heat und deswegen ist für mich der AO vor dem Nakrani. Der ist 5 Euro günstiger und für mich von der Performance her geiler. Ich glaube, mein Ranking wäre Kalout 1+, AO, dann eigentlich Nakrani, Ocean, X-Hooker, alle auf einer Ebene. Aber da wüsste ich jetzt nicht, welchen ich über welchen stellen würde. Aber ich glaube, Kalout bleibt mein Favorite. Erstes Fazit, AO 912 HMD. Ich nehme erst nochmal einen Zug. Performance vom ersten Eindruck her mit dem Ding echt gut. Ich habe wirklich das Gefühl, durch die größeren Löcher hat man mehr Durchzug. Vielleicht war der Durchzug auch nur kacke, weil ich zu hoch gebaut habe mit dem Kalout bzw. mehr Kontakt hatte. Aber funktioniert im Ersteindruck wirklich sehr, sehr gut und für mich sogar geiler als der Nakrani. Und ich denke, wenn das das Fazit zu einem Edelstahl-HMD ist, dann will das schon was heißen. Und ich denke, das ist wirklich sehr gut.